KOMMICH ALSO IST DAS ZIEL VERBORGEN Man wird es erst merken, wenn es wirklich an Einfluss komplett verloren hat. Dass es nicht einfach bloß eine Freizeitbeschäftigung oder ein Element ist, was man mal eben mitnimmt in schönen Zeiten, sondern dass es also unglaublich viel mit der Psyche macht, unglaublich viel einfach die Menschen beeinflusst im Alltag und natürlich auch einfach mal ein Bildungselement ist. Untertitelung des ZDF, 2020